Das Reich meines Meisters ist euch verboten, Störbliche! Störbliche Narren, werft euch's Leben zu ihr verdirben! Störbliche Narren, werft euch selbst in euer Vergärten! Störbliche Narren, werft euch das? Bei 10? 10 Komme! Weg! Kannst du, Weilon? 2 in 7 Sekunden Dann komm du einfach an, Juri Ok, Juri fängt an, Weilon übernimmt D-Zücklinge Dann dran 7, 8, 9, 10, 11, 12 und geh weg 8, 9, 10, 11, 11, 11 und geh gegenpack Parallel Ja, ich fange die Meckxion ab Nein? Okay, dann werden wir jetzt ablösen. Ja, gut, dann jetzt ablösen. Keine Ahnung. Nächste Splitter der Laurier. Obst du denn jetzt wo zu binden? So, Juri frei. Ich bin sauber. In zwei Sekunden. Juri fängt an. Verrückliche Narren! Werft euch selbst in euer Verderben! Bin dran. 7, 8, 9, 10, 11, ich steht dran, 12, bin weg. Juri, Ballrand zusammen. Otto ist frei, er wird den nächsten übernehmen. Also Ballrand weg. DZ-Kringer. Wir werden auch hier sterben! Freiland. Pfff. Otto, kannst du? Ja, ja, ja. Und du Karo übernimmt. Dafür habe ich ja auch nicht gelüft, dass ich auf der Dispersion zurückkam. So, 10 ablösen. So, 10 ablösen. Dranne. Hopp. Kann Juri den nächsten? Ja. Nächsten Splitter der Laurier. Und Vailon kann es dann übernehmen. Ja, sieht gut aus. Gut. Sieht gut aus. 10 Sekunden. Juri, musst laufen, Vailon deckt ab. Oh, jetzt habe ich ihn auch gekriegt. Gegen Jäger ran. Otto kann ich. Vailon hat Debuff. Vailon heilen. Vailon heilen. Vailon. 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 Auf 15 Sekunden. 20 Sekunden. Rasi fängt den nächsten an. Ich kann gerade so keinen Charme machen. Kann den 10. Welt hin tot. Okara, du kannst du richtig ran. Okara ist clear, kann ihn nehmen. Wir hatten jetzt. Ich habe ihn. Okara hat jetzt. Na, jetzt habt ihr alle. Ja, wer hat denn daran nicht... Rasi fängt an, war angesagt. Vailon. Ab jetzt. Juri nimmt Vailon ab. Juri nimmt Vailon ab. Nein. Juri nimmt's. Ja. Vailon ist seit den nächsten Splitter. Vailon fängt... Also Juri übernimmt jetzt den. Vailon fängt den nächsten an. Vailon übernimmt dann von Vailon. Ok. Und... Valoria halt nächste Spiel. Vailon, du kannst ja ruhig ran. Ja. Ja, das geht schon. Weißt du? Ja. Ich habe Schiss aus Auto die Scheiße. Er ist weg da. Ja. Hier ist ein Splitter. Ja. Ich habe ihn. Also Vailon übernimmt jetzt von Vailon. Ja. Wer fängt den nächsten an? Okara hat noch 11. Ich bin frei. Atto ist frei. Atto fängt den nächsten an. Okara übernimmt dann von Atto. Und wechseln. Steh dran, Vailon. Steh dran. Okara höher. übernimmt dann von Addo Action Splitter Valoria Und einspringen Bin da Der Sarka an 10 Den nächsten fängt er an Ich, Juri fängt an Oder Juri, okay Juri fängt an, weil er übernimmt Der Sarka Juri steht dran Ich bin tot Weilan übernimmt dann von Juri Quäl, Achtung Paras tot Ruhig weiterspielen Maler tot Den nächsten fängt er an dem Beltane Ja! So geht das, schönen Trick